Musik Ein neues Jahr stand vor uns. Jeder hat an seinem Platz, an der Erfüllung unserer Aufgaben mitgeholfen. Musik Große Erfolge wurden in unserem sozialistischen Aufbau erreicht. Musik Durch die Leistungen unserer Werktätigen konnte die Versorgung der Bevölkerung weiter verbessert werden. Musik Auch das Weihnachtsangebot der Konsumgenossenschaften ist reichhaltiger geworden. Musik 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 In den Konsumwarenhäusern, den Konsumverkaufsstellen und auf Sonderverkäufen, vor allem auch auf dem Lande, finden Sie eine große Auswahl an Geschenken für den Gabentisch. Überall werden Sie fachmännisch beraten und gut bedient. Denken Sie daran, rechtzeitiger Weihnachtseinkauf erhöht die Vorfreude auf das Fest. Der Konsum deckt den Gabentisch. Der Konsum So niedrige Preise sollten Sie sich merken, denn das sind Preise aus unserem Sonderangebot von Frühjahrsmodellen 1958, die wir Ihnen jetzt zeigen. Diese sommerlichen Kleider bieten wir Ihnen durch die schöpterische Initiative unserer Werktätigen in der volkseigenen und konsumgenossenschaftlichen Bekleidungsindustrie. In bester Qualität, für jedes Alter, für jede Figur, in geschmackvollen Farben und modischem Schnitt. Untertitelung des ZDF, 2020 Unsere Konsumtextilverkaufstellen hätten aber auch eine reiche Auswahl an Wändeln für Damen und Herren, Kostümen, Anzügen und Kinderbekleidung für sie bereit. Der Konsum erwartet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wartburg 1000 mit neuem Chassis. Wir bieten Ihnen hohen Fahrkomfort auch auf schlechten Straßen. Durch Schraubenfedern und doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer in Verbindung mit Einzelradaufhängung. Wartburg 1000, gute Straßenlage und kurvensicher. Durch hintere Schrägpendelhalbachsen in Verbindung mit Querstabilisator. Wartburg 1000, kleiner Wendekreis von 10,2 Meter, äußerst beweglich und wendig. Wartburg 1000, auch bei großen Steigungen ohne Kühlwassersorgen. Durch geschlossenes frostsicheres Kühlsystem und Zwangsluftführung. Ihr Wartburg 1000 ist wartungsfrei auf 50.000 Kilometer. Wartburg 1000, kleiner Wartburg 1000, kleiner Wartburg 1000, kleiner Wartburg 1000, kleiner Wartburg 00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Musik 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 Das ist sie, die Praktica Nova 1, eine echte, einäugige Spiegelreflexkamera von Pentacon. Rasch und bequem die richtige Belichtungszeit durch den neuen Einstellknopf. Das ist das PL-System, die neue Filmeinlegerautomatik. Den Film in die Kamera legen, bis zum Punkt vorziehen. Die Kamera schließen, zweimal blind auslösen und schon ist sie schussbereit. Noch schneller in der Anwendung, noch schneller in der Bedienung. Leipziger Herbstmesse 1967. Goldmedaille für Praktica Nova 1 mit PL-System vom VEB Pentacon Dresden. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ungefähr. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Etwa... Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Genau, denn die Poljot Orbita Automatik ist nicht nur elegant und flach, sondern auch genau, die richtige. Musik Der hat sie nicht gesehen. Und der hat sie nicht bemerkt. Doch da ist sie, Artilana. Artilana Handstrickwolle mit dem Seidenglanz. Direkt aus der Tüte zu verarbeiten. Das ist praktisch und sauber. Musik Artilana Handstrickwolle vom VEB Zwirnerei und Färberei Berger Elster. Musik Man sieht besser mit Qualitätsgläsern vom VEB Carl Zeiss Jena. Auch der Fachmann schätzt ihre hohe Qualität und ihre Brillanz. Erfahrung und Präzision zum Wohle ihrer Augen. Punktalgläser vom VEB Carl Zeiss Jena. Musik Mehr Licht müsste sein. Mehr Licht? Auf besseres Licht kommt es heutzutage an. Sie sehen, wie ihr Heim durch sinnvoll angeordnete Platzleuchten gewinnt. Musik Diese Pendelleuchten werfen fast ihr gesamtes Licht auf den Esstisch. Und ihre Formen fügen sich harmonisch in die Raumgestaltung ein. Die Stehleuchte als Allgemeinbeleuchtung und zur Ausleuchtung einer Sitzgruppe schafft Ihnen eine intime Raumstimmung. Musik Tischleuchten wirken nicht nur dekorativ. Ihr Licht ist zweckmäßig und ermüdet nicht. Musik Moderne Platzleuchten verdrängen den Kronleuchter auch aus dem Wohnzimmer im traditionellen Stil. Platzleuchten erzeugen eine behagliche Atmosphäre und geben dem Esstplatz, der Sitzgruppe und der Leseecke das richtige Licht. Musik Zweckgerechte und formschöne Platzleuchten gehören zum Wohnstil von heute. Musik Durch sinnvolle Anordnung vermitteln Ihnen diese Leuchten einen neuen Raumeindruck. Musik Wählen auch Sie Leuchten aus dem IKA-Sortiment. Musik Rasierkomfort im Auto mit dem neuen Beboucher Universal. Die Rastpause wird zur Rasierpause. Ein einziger Handgriff garantiert eine schnelle, glatte Rasur. Musik Auch im Freien, unabhängig vom Stromnetz, durch die Batteriebox. Musik Für die tägliche Rasur daheim sorgt das Zusatznetzteil ein ideales Gerät. Unabhängig und überall zu Ihren Diensten Beboucher Universal vom VEB Bergmann-Borsig. Musik Glashütter Uhren Glashütter Uhren Glashütter Uhren mit automatischem Aufzug. Ein Produkt moderner Technik. Musik Tradition und Fortschritt sind hier zu modischer Eleganz vereint. Ein Geschenk für alle. Glashütter Uhren. Weltbekannt durch Ihre Qualität. Musik Zaubern Sie köstliches Eis. Musik Mit Komet Speiseeispulver. Musik Einfach einrühren und dann gefrieren. Musik Eine köstliche Überraschung für Ihre Familie, für Ihre Gäste. Eis- und Milchmixgetränke aus Komet Speiseeispulver. In drückend sommerlicher Schwüle sieht sich Herr K. jetzt nach der Kühle. Ein Bier, das wäre ein Genuss. Doch leider, wie er fühlen muss, das Bier ist schal, nicht zu genießen. Herrn K. beginnt es zu verdrießen. Der Kühlschrank kühlt nicht mehr perfekt. Herr K. sucht wütend den Defekt. Er prüft und schreibt selbst zur Tat. Da weist der Papagei den Rat. Er greift zum Hörer, wählt und dann ruft er den Kundendienst heran. Musik Vom Fachmann lasst den Fehler finden. Er wird ihn schnellstens unterbinden. Musik Ihr Kundendienst VEB Kühlanlagenbau in allen Bezirken der DDR Tausend kleine Dinge Tausend kleine Dinge Tausend kleine Dinge Machen erst das Leben schön Viele kleine Dinge Machen es erst angenehm Denn hat man sie, erspart man sich Für Ärger und Verdruss Und erst mit ihnen ist das Leben wirklich ein Genuss Tausend kleine Dinge Braucht man jeden Tag im Haus Ohne sie kommt man hin Leben einfach nicht mehr aus So geben wir heute jedem einen Gut gemeinten Rat Schau dich doch mal im Konsum um Was man dort alles hat Tausend kleine Dinge Liegen hier für dich bereit Warte nur auf dich und Schenke dir Bequemlichkeit Geweiß ist klein Mitunter sind es einfach Groschen bloß Jedoch der Nutzen, den du davon hast Ist oft sehr groß Tausend kleine Dinge Kauft man im Vorübergehen Wer sie hat, macht sich das Leben damit angenehm Wohl hundertmal am Tag gebraucht Man dies und braucht man das Und erst mit tausend kleinen Dingen Macht das Leben Spaß Macht dir mal Gedanken drum Im eigenen Betrieb Sicher gibt's noch manchen Rest Der bisher liegen blieb Mit etwas die Überlegung gibt Es darf und vielleicht auch Manch praktischen Artikel Für den täglichen Gebrauch Das eine kommt zum anderen dann Am Ende wirst du sehen Geht alles gleich noch mal so leicht Und dort wird so bequem Mit tausend kleinen Dingen Aus ihrer Konsumgenossenschaft Da, du, da Im Norden, Osten, Süden, Westen Überall erklingt Musik Musik, die begeistert durch das Weltmeisterakkordeon Über eine Million dieser Instrumente Brachten Freude und Entspannung In alle Teile der Welt Weltmeisterakkordeons aus Klingenthal Urlaub, 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 Reisen, Reisen Schön ist die Welt Wenn man Urlaub hat Tage, Tage, Wochen, Wochen Im eigenen Zelt, Tage, Wochen lang Tummel, 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 Tummel Und glücklich sein Baden, Baden, Aalen, Aalen Vieles für Reise und Camping Vieles für Wasser und Strand Vieles für frohe Urlaubstage Aus ihrer Konsumgenossenschaft Guten Einkauf, gute Reisen Zur Urlaubszeit Vieles halten wir für sie bereit Guten Einkauf, gute Reise Wünscht ihre Konsumgenossenschaft Alles fertig? Alles da? Vollein Katrin? Reisekoffer? Mantel? Handtasche? Pralinen? Menschenskind! Die Pralinentafel haben sie vergessen Eine Reise ohne Pralinentafeln Wo gibt's denn das? Pralinentafeln sind fest Handlich und preiswert Mittelpunkt internationaler Messen Favorit der 600 Kubikzentimeter Klasse Der Trabant 601 Frontantrieb mit luftgekühltem Zweitaktmotor Vier Gänge voll synchronisiert 6,8 Liter Normverbrauch Platz für vier erwachsene Personen Geräumiger Kofferraum Das alles für Sie im Trabant 601 Aus den Sachsenring Automobilwerken Zwickau So fahren, fahren, fahren Trotzdem könnte er ruhig mal anhalten Wunderbar, so reisen Reisen, reisen Einen Hunger hab ich Und Durst auch Isst was? Da, eine Konsumgaststätte Kräftiger Imbiss Bekömmliche Kost Erfrischende Getränke Und belebender Kaffee Schnelle Bedienung für eilige Gäste Und alles so, dass man sich wohl fühlt Eine gute Sache, so eine Konsumgaststätte Das hab ich doch gleich gesagt Konsum ist immer gut Ja Halten Sie doch auch mal an Ihr liebt mich Von Helm Hm, es ist Frühling Schauen Sie mal Dort Die aus dieser Tür kommen Gehen beschwingt in den Frühling Sie in einem pflegeleichten Kostüm Er im modischen Anzug und Übergangsmantel Und das kleine Mädchen Sieht es nicht schick aus? Na, junger Mann Sportlich und fesch? Oh ja Der Mantel wird ihm gefallen Natürlich Gleich einmal vorführen Jasmin Ein elegantes Kleid Im Häkellook Auch Sie Können frühlingsfroh gekleidet Aus Ihrem Konsumentwarenhaus Oder Konsumkaufhaus herauskommen Nur Hineingehen müssen Sie erst einmal Wenn die ersten Kerzen brennen Werden viele Wünsche wach Mir bringt der Weihnachtsmann Einen Baukasten Und einen Kramwagen Ob Vati auch weiß Dass es die schicken Pullover Im Konsumkaufhaus gibt Ja Im Konsum gibt es die schönsten Weihnachtsgeschenke Alles Was ihr besonders gut gefallen wird Alles Worüber er sich freut Und viele Viele schöne Dinge Die Kinderherzen höher schlagen lassen Sie werden gut beraten Der Konsum erfüllt Ihre Weihnachtswünsche Die Billet Saison Modezeitschriften aus dem Verlag für die Frau Mit modischer Und tragbarer Kleidung für Sie Zum Selbstschneidern Erhalten Sie im Fachhandel Die Schnittmuster Neue Modelle Und Fotomodell Auch Sie finden etwas Schickes Mehr als 1000 Entwürfe Bietet Ihnen der Verlag für die Frau Wieder ist ein Sommer ins Land gegangen Aber noch ist manche Arbeit zu tun Und dabei leistet die Arbeitskleidung unserer volkseigenen und genossenschaftlichen Bekleidungsbetriebe gute Dienste Haltbar ist sie Praktisch und kleidsam Auch für junge Mädchen Unsere Kinder sind in der farbenfrohen Strickkleidung gut angezogen Vielfältig ist die Auswahl in sportlicher Straßenkleidung Für schönes, aber auch für schlechtes Wetter Konsumkleidung immer modisch und preiswert Unter diesem Motto sehen Sie jetzt im Kulturhaus eine Modenschau Mit einer kleinen Auswahl aus unserem Herbst- und Winterangebot Die Konsumgenossenschaft empfiehlt Ihnen für die kältere Jahreszeit Hauskleider Tageskleider Und Kostüme, in denen Sie sich wohlfühlen werden Auch an unsere stärkeren Frauen wurde gedacht Für die jüngeren Hemdkleider Mit Und ohne Gürtel zu tragen Dieses nette, kunstseidene Kleid und der interessante Mantel Sind weitere Beispiele aus unserem reichhaltigen Angebot Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch zeigen, wie wir Herren uns kleiden Hut Dreiviertelmantel Und darunter der modisch saloppe Einreier Also, verehrte Zuschauer Für jeden das Richtige Für jeden das Passende Und immer preiswert Ist das Angebot Ihrer Konsumgenossenschaft Sie sorgt damit immer besser für die Werktätigen in Stadt und Land Hallo, ich bin der dienstbare Geist aus dem Röchen Ich bin mit Sprudel-Effekt Plus aktiv Sauerstoff ausgerüstet Und will Ihre dritten Zähne reinigen Das ist ganz einfach für Sie Nicht für mich Ich springe in ein warmes Bad Und Sie brauchen jetzt nur noch die Weißerchen über mich zu legen Das war schon alles Eladent-Prothesenreiniger und Eladent-Haftpulver-Super Die dienstbaren Geister für Sauberkeit und Sicherheit der dritten Zähne Tja, so kann es einem gehen, wenn man seinen Spreuzling von Anfang an mit Elazan Babybart verbirgt Und dann ein einziges Mal vergisst, für Nachschub zu sorgen Ein Glück nur, dass es überall die weiße Flasche mit der blauen Krone gibt Das Beste für Opas Liebling Die von Teufel-Pirdeiniger und Evidemiger Die von Teufel-Pirdeiniger werden nur die dritten Zähne Die von Teufel-Pirdeiniger und Eyrnigerinnen und Zähne Die von Teufel-Pirdeiniger und Eyrniger und Eyrnigerin Musik Musik Spieglein, Spieglein in der Hand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Mach's wie Schneewittchen, iss kein ungewaschenes Obst. Musik Vater und Sohn. Und beide haben nicht richtig hingehört, was sie eigentlich kaufen sollen. Musik Elazan-Creme ist eine abdeckende Paste. Sie schützt, pflegt und heilt. Vor allem den Po. Musik Milk ist eine wasserreiche Emulsion für den ganzen Körper, besonders bei fettiger Haut. Und Babymild ist eine fettreiche Creme für Gesicht und Hände. Hm. Dann nehmen wir... Alles. Männer mit Methode. Denn Elazan hilft der ganzen Familie. Musik Musik Die 250 Kubikzentimeter MZ Trophi Sport aus Tschupau. Für Männer, die fahren können. Wen lauert er auf? Am Fuße der historischen Wartburg. Den neuen Wartburg 1000. Vollendet in Form und Konstruktion. Hohe Wirtschaftlichkeit. Großer Fahrkomfort und außerordentliche Bequemlichkeit. Ein Volltreffer. Der neue Wartburg 1000. Eines der modernsten Automobile. Aus der Wartburgstadt Eisenach mit 70-jähriger Tradition im Fahrzeugbau. Musik Musik Jut, Karl, August, Otto, Rot, 45 Jahre. So jung und schon so schön tot. Werde mit, Käufe! Unsere Kampagne durch bewegungsarmes Leben zum frühen Tod ist ein schöner Erfolg. Herz- und Kreislaufstörungen steigen ständig. Die Menschen folgen willig unseren Anregungen, denn wer alles selber macht, der macht nicht lange und wer dauernd sitzt, steht schon mit einem Bein im Grabe. Vermeiden Sie jede körperliche Bewegung, liebe Menschen, und vergessen Sie nicht, Ihre Nerven zu überreizen. Ihre Nerven! Ihre Nerven! So ist richtig. Schloss. Kurz. Schloss. In diesem schönen Wagen können auch Sie liegen, wenn Sie unvernünftig genug leben. Auch hier finde ich meine Opfer. Ja, steigt nur ein ins Auto. Hey, hey, wer wird sich denn so viel unvernünftige Bewegung verschaffen? Aber hiermit kriege ich ihn. Du weißt, jetzt ist sogar das Fernsehen gesundheitsfördernd. Ruh' dich aus, lieber Freund, ruh' dich aus! Leg' dich doch hin! Sport! Sport! Sport nach Feuerabend! Vom Teufel will dieser Mensch denn hundert Jahre alt werden! Den Teufel jage schleunigst fort. Such dir ein Hobby, treibe Spock. Wer bastelt seinen Garten hart, schützt sich vor einem Herzinfarkt. Jetzt denken Sie vielleicht, ich will das Fahrgeld sparen. Ich will... Nun ja, mir geht es um meine Gesundheit. Nicht durch diesen einen Lauf, aber damals fing es ähnlich an. Mir fuhr der Bus davon, ohne auf mich zu warten. Da lief ich schnell, aber bald war die Puste weg. Etwas musste ich tun, um wieder in Form zu kommen. Und ich tat es. Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen, Dauerlauf. Ich wurde nach jeder Übung besser, mein Wohlbefinden auch. Ich kam wieder in Form, und die halte ich. Mein Sportabzeichen beweist es. Ich bin sehr stolz darauf, und meine Tochter ist es auch. Und ich habe es auch bald. Es geht hier nicht um zu schnell. Es geht ums Fahren. Für Urlaub und Camping MZ 175 und 250 Kubikzentimeter aus Chopau. Leistungsfähig. Zuverlässig. Weitereby aus Chopau. Alle Zähne sollen strahlen. Deshalb Eladentprothesenreiniger mit sprühaktivem Sauerstoff. Eine Melodie auf allen Straßen. MZ. Motorräder aus Chopau. Motorräder aus Chopau. Motorräder aus Chopau. Zuverlässig, zweckmäßig, jederzeit einsatzbereit. Fahrzeugelektrik der IKA Elektriker. Da ist er. 125 Kilometer. Ausgezeichnete Straßenlage. Der neue Wartburg 1000. Ein echter Fünfsitzer. Kofferraum für 57 Fußbeläger. Modernste Karosserieform. Der neue Wartburg 1000 aus der Wartburgstadt Eisenach. Wagen zu Hause. Keine Lücke. Wie üblich. Warum nehmen Sie nicht die? Die MZ 125 und 150 Kubikzentimeter aus Chopau. Weißwein ist zu Recht das Getränk unserer Zeit. Für unseren Optimismus. Weißwein für frohe Stunden. Weißwein für glückliche Menschen, die sich gemeinsam über Vollbrachtes freuen. Wein. Wein. Ein Trunk rein wie die Natur in Schuhe. Wein. 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 Peck. Wein. Wein. Ne abrazu. clinicians ausdauernd und robust. Ihr zuverlässiger Begleiter, der neue Trabant 601. Untertitelung des ZDF für funk, 2017